Liebe Fans, neben mir steht jetzt Christoph Freitag. Christoph, Ihr Fazit zum Spiel? Ja, Kampfpartie, enge Partie. Wahrscheinlich für die Zuschauer nicht schön anzuschauen. Wir haben alles gegeben, glaube ich. Wir haben gut dagegen gehabt und in der Bundespartie-Halbzeit zwei riesige Chancen gehabt. Gegen Zug kriegen wir das dumme 1-0. Das ist die erste Chance von Reed eigentlich. Extrem bittere und extrem unnötige Niederlage heute. Christoph, wie zufrieden warst du mit deiner eigenen Leistung? Wir haben 1-0 verloren und das steht im Vordergrund. Ich glaube, ich kann auch von einer Einzelleistung reden. Wir haben als Mannschaft verloren und es war heute einfach, ja, im Endeffekt 1-0 verloren und das war zu wenig. Dankeschön. Liebe Fans, neben mir steht Thomas Fröschl. Thomas, Ihr Fazit zum Spiel? Ja, es war ein Kampfsieg heute. Wir hätten auch verlieren können. Neustadt hat gute Chancen gehabt, zweite Halbzeit. Aber ja, wir haben einen schmutzigen Sieg für uns. Ganz wichtig für uns und ja, fahren wir drei Punkte heim. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.